jo leute was geht ab herzlich willkommen zum neuen vlog auf meinem kanal heute sind wir in kütahia in der wohnung von mamas cousine und jetzt gehen wir auf den bazar und danach gehen wir ins einkaufszentrum von kütahia und dort shoppen wir ein bisschen und ich nehme euch wieder einfach in den tag mit so leute sind jetzt im auto und jetzt als erstes stopp ist der bazar wir sind gerade auf baustelle der baulemaschine leute so leute wir sind jetzt beim bazar bazar und jetzt auch schnell ein ziemlich auf schnelle jetzt auf dem bazar ganz viel ausweich gibt es hier jetzt raus auf dem bazar ich habe mir ein polohemd gekauft und jetzt gehen wir wahrscheinlich entweder erst frühstücken und dann haben wir oder direkt ins aber mehr und ich nehme euch auf jeden fall mit so hier sind jetzt beim frühstücken und jetzt wenn ich einfach der kamera man hat mich halt noch gar nicht gesehen stimmt stimmt in djanovic kanal hat wir gehen jetzt frühstücken jetzt gehen wir endlich in die sierra in das einkaufszentrum dort werde ich das letzte mal jetzt shoppen so wir müssen jetzt erstmal geld wechseln der kurs ist ja sehr hoch das ist gut für uns so leute wir sind jetzt im einkaufszentrum ich mein zusammen und getrennt von den anderen wir gehen zu alleine weil wir kein bock haben bei jedem frauenland die ganze jetzt warten jetzt gehen wir alleine und mal schauen was wir so finden so leute wir sind jetzt kogak gefahren ich glaube ich fahre später nochmal es hat anders spaß gemacht ja also in dieser serie habe ich jetzt nichts gefunden ich wollte eigentlich unbedingt der madrid sachen holen aber der adidas store hat geschlossen deswegen ich weiß ich glaube wahrscheinlich hole ich mir nichts wenn dann schaue ich noch mal in den nike laden rein ansonsten sind wir jetzt im café sitzen bisschen chillen und nochmal sehen wie es weiter geht jetzt habe ich doch was gefunden von nike und de facto so eine jeansjacke ohne ärmel jetzt gehen wir noch auf diesen rummelplatz wo wir vorhin schon go-kart gefahren sind und dann geht es wieder zurück nach emmet und jetzt noch schnell in den laden koffer was kleines zum trinken die anderen essen um die kräfte aber ich mag kein kräfte deswegen esse ich nicht und nach dem essen geht es endlich wieder nach emmet und beend an dieser stelle den vlog weil es passiert nichts bespannendes wir fahren jetzt eineinhalb zwei stunden kommen dann an und dann ist es schon spät also wenn es euch gefallen hat lasst doch nach oben da abonniert den kanal aktiviert die glocke bis zum nächsten mal ciao